Was ist denn NFT? Wir haben mehr Spinsor. Ja, 15. 16. Blöd ist doch drin. Ich frage mich. Ich brauche einen Split sonst. Wie bist du, Daniel? Wie bist du, Daniel? Jetzt? Ach, leger. Jetzt schon. Hier, Wald. Hier. Aber nur fast. Oh, Mann. Da hätte ich das machen müssen. Ich muss mir das anhören. Das ist einfach... Der Faktor blickt den Slot nicht. Wild. Ach, nee. Das bringt ja nichts. Oh, Mann. Wild. Hier und da. Aber... Ja, aber... Ach doch, der zieht ja durch hier. Aber das sind nicht viele Dings. Weiß ich nicht. Erzählt schon mal ziemlich langsam. Na, guck mal. Aha. Jetzt gibt er Gas. Okay. Ist doch vielleicht ein bisschen besser. Okay. Okay. Junge, was? Alter. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Hallo? Junge. Was war das für ein Bonus, Digga? Weil wir nochmal zum Schluss gerettet haben, Alter? Weil wir nochmal zum Schluss gerettet haben, Alter? Was ist das? Wig, wenn aber hundertprozentig... Wig, wenn aber hundertprozentig...